Und jetzt wissen wir schon mal, was der Gegner zockt. Er hat die Wallbreaker, das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und natürlich auch auf die, wie heißt das Ding, was er nochmal hat? Boah, der Charger, aber nochmal. Oh Gott, oh Gott, Carsten! Was ist denn schon wieder mit Carsten los heute? Das sieht ja gar nicht gut aus, Mann, meine Güte. Einzige, worauf wir jetzt achten müssen, ist Valkyra. Valkyra und Wallbreaker auf einer Lane, da müssen wir dann Inferno-Turm reinspielen. Aber ansonsten sieht die Lage recht gut für uns aus. Er hat die Kanone, die könnte ein bisschen scary sein. Jetzt geht die hier rein, genau, das war ja recht, ob wir es ja irgendwie sowas machen würde. Also machen wir es einfach so, zack, Inferno-Turm rein. Stinkt den Gegner, dieser Brutzler von Wiesenhof, der da gerade für 5 LX hier platziert wurde. Der stinkt ihm, das ist gut, Junge. Er kommt hier einfach aufs Feld und der Gegner hat direkt keinen Bock mehr. Laune verderben in 3 Sekunden, das ist nur möglich mit dem Inferno-Turm.